Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Das mit dem rechtmäßigen Bürger hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe eben das Spiel schon mal gestartet und nochmal alle unsere Kisten durchsucht. Denn, oh mein, du eine kleine Auffrischung, ne? Ich bin ja ein rechtmäßiger Bürger, zumal Hamlet müsste uns gleich wieder eine Leiche bringen, wenn ich so auf die Uhr sehe. Denn ich habe geglaubt, mich daran zu erinnern, dass wir dieses Ding schon mal gekauft haben. Und das Problem ist, wenn ich hier an meine wunderschöne kleine Kirche gehe, die inzwischen ja gar nicht mehr ganz so klein ist, dann kann ich hier nur noch eine Handelslizenz erwerben. Und die Handelslizenz ist nicht das Papier, um rechtmäßiger Bürger zu werden. Das sind unterschiedliche Sachen. Okay, da ist unsere Leiche. Und ich habe sie gesucht und gesucht und gesucht. Und mit ein bisschen mehr Ruhe, als wenn man so im Let's Play halt die Sachen durchgeht und dann hofft, dass man irgendwie das Richtige findet. Also mit ein bisschen mehr Ruhe habe ich dann tatsächlich meine Papiere wieder gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit der Autopsie fertig bin, dann holen wir uns die Papiere. Ich lege sie mir irgendwo hin, wo ich nicht wieder vergesse, wo sie sich befinden. Und dann können wir nächsten Sonntag tatsächlich predigen. Wir hätten auch diesen schon predigen können, wenn ich sie gefunden hätte. Aber ich war so irritiert. Und das Problem ist, ich habe die natürlich, klug wie ich bin, zu meinen anderen Papieren gelegt in der Kirche. Und die sehen jetzt nicht so viel anders aus, als zum Beispiel die Kapitel, die wir schreiben. Und genau das ist das Problem. Deswegen habe ich sie da nicht sofort entdeckt. So. Ich glaube, die Leiche und die nächste müsste ich gerade so noch verbrennen können. Nehmen wir mit. Ich zeige euch gleich, wo ich sie habe. Also die Papiere. Ja. Da ist die Leiche. Mal verbrennen. Ein bisschen was essen habe ich hier noch. Hier habe ich gar nichts mehr drin. Warte mal, habe ich hier echt nichts mehr? Nein. Auch in meinem Inventar nicht. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal kurz in die Kirche und lege ein paar Sachen weg. Und wie gesagt, die Papiere packe ich jetzt in eine andere Kiste. Damit ich sie nicht wieder vergesse. Ich dachte nämlich... Ich wusste, wir haben das schon mal irgendwann gekauft. Und ich wusste auch, es ist nicht das mit dem Handelsding gewesen. Das waren tatsächlich Papiere, die wir bekommen haben. Und der Witz ist, wir haben die hier. Rechtmäßiger Bürgerzertifikat. Da ist es. Und dieses Zertifikat lege ich mir jetzt hier in die Kiste. Damit ich es nie wieder verliere. Den Kuchen lasse ich erstmal hier. Das heißt, wir müssen nämlich jetzt... Für die Handelslizenz müssen wir dann zwar tatsächlich wieder Silber verdienen. Aber da muss ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Also ich muss da jetzt nicht rumstressen. Denn wenn wir mit der Predigt durch die größere Kirche dann auch mehr Geld verdienen, dann haben wir da absolut keinen Stress. So, jetzt muss ich hier in meine... Das und das darf hier wieder rein. Dann kann ich hier noch unsere... Ähm, nein, die nicht. Die Pülverchen kann ich hier wieder wegtun. Asche und Salz nicht. Das kommt... Ich verarbeite eben mal schnell die Sachen hier weiter. So, anfertigen bitte. Das hat mir jetzt echt keine Ruhe gelassen. Ich dachte schon... Ich wusste doch... Ich hab dann sogar gegoogelt. Ich hab dann gegoogelt, ob das sein kann irgendwie, dass ich vielleicht... Aber da stand auch, man bekommt... Achso, ja, das macht's ja von alleine. Da stand auch, man bekommt Papiere und das sollte... Also es war nicht so, dass es irgendwie ein Bug ist, dass man da irgendwie nichts bekommt oder so. Es ist einfach nur, ich hab sie verlegt gehabt. Und als ich dann wusste, dass es Papiere geben muss, da hab ich dann eben nochmal gesucht. Und der, wer sucht, der findet. So ist es jetzt ja auch gewesen. Ja, wir haben jetzt endlich unsere Papiere. Und nächsten Sonntag können wir tatsächlich predigen. So. Zum Glück dürfen wir den Leuten auch jetzt schon ihre Beichte abnehmen. Und weil ja unsere Kirche so schön ist, weil die wir inzwischen über 50 Punkte haben, können wir dann tatsächlich das bessere Gebet benutzen. Yay! Ist das nicht schön? So. Jetzt müsste ich allerdings wieder ein bisschen Holz irgendwie mir besorgen. Und natürlich müssen wir uns um die Statuen von diesem Episkop kümmern, der so ein bisschen selbstverliebt ist. Bester Mann der Kirche überhaupt, ne? Also genau so sollte das nicht sein. So. In den Keller. Dann tun wir noch die Sachen weg. Die Asche. Und natürlich packen wir auch den Glauben in irgendein Schränkchen. Und die Geschichte. Dann kann ich eigentlich das Fleisch wieder verarbeiten. Der Glauben kommt nicht da rein. Und der auch nicht da rein. Ähm. Ist denn mein besseres? Das ist bestimmt hier oben, oder? Ja, hier. Okay. 50. Wir können tatsächlich das goldene... Das goldene Gipsspendengebiet können wir benutzen. Das wird so gut werden. Das heißt, ab jetzt kann ich tatsächlich überall goldene Gebiete herstellen, wenn mir danach ist. Ich muss... Wenn wir hier schon mal sind, würde ich jetzt doch tatsächlich gerne gucken, was können wir denn noch für Gebete herstellen. Ranken und Wurzeln. Räumütig. Ruhestätten. Alle Verstorbenen sind in deinem Friedhof willkommen. Gewinnung auf Vorstellungskraft. Exzellenz. Was macht denn das Exzellenzgebet? Naja, wenn der Episk... Moment. Ich wollte gerade sagen, wenn der Episkop da ist, kann ich ja nachgucken, aber... Ich brauche einfach nur ein Buch. Und ich brauche ein goldenes Buch, damit es... Okay, das braucht sieben. Reichtum braucht nicht ganz so viel. Der einen Verkäufer verbessern kann. Das Gebiet nach Reichtum. Aber nee, wir nehmen das Spendengebiet. Das passt schon. Da können wir, glaube ich, dann ja auch mehr glauben. Was auch nicht schaden kann, denn letztlich brauchen wir ja doch relativ viel davon. Ich würde eventuell noch mehr unsere Kirche upgraden, wenn ich dann genug... Wenn ich denn genug... Ähm... Metalle habe. Und heute ist der Bischof da. Ach du je. Ich wollte... Ich wollte nach... Moment mal ganz kurz. Jetzt muss ich das mal eben schnell schauen. Ähm... Tab war das. Tab. NPC ist hier. Werde die Wachen am Hexenhügel los. Fertige Wein von silberner Qualität für die Wachen. Den haben wir jetzt schon, oder? Wir haben jetzt Wein von silberner Qualität. Das habe ich mir nicht... Doch, den haben wir, glaube ich. Hoffe ich. Ich muss mal gucken. Ich sammle gleich die Sachen hier ein. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, ob wir den Wein tatsächlich haben. Zehnmal. Da ist kein Wein drin. Da ist goldener Wein drin, den ich nicht haben möchte. Da ist gar kein Wein drin. Da ist auch kein Wein drin. Es kann jetzt sein, dass ich den in der Kirche habe. Oh, Mann, oh Mann. Jetzt hätte ich jetzt auch ein bisschen früher dran denken können. Ja, hier. Uns fehlt immer noch Wein. Oh nein, den wollte ich herstellen, richtig? Ah, okay. Okay, das dauert zu lang. Schade. Dann müssen wir das das nächste Mal machen. Ist aber auch kein Problem. Dann werden wir jetzt erst mal die Bienen wegpacken. Wir packen das Fleisch ein. Zum Glück ist es nicht mehr lang, bis zur Predigt. Dann kann ich endlich wieder predigen. Yay. Und ich sollte dann vielleicht gucken, ob wir noch ein paar neue Kerzenhalter aufstellen können. Drei Fleischpakete werden gefertigt. Eins. Zwei. Drei. Und wir haben alle drei Bestattungsurkunden dabei. Das ist auch gut. Dann kann ich mir jetzt noch mal ein paar Pilze grillen. Pilze grillen. Oh, wow. Wir haben ziemlich viele Pilze. Die Bienchen kämen hier rein. Zack. Der Rest ist, ja, der ist okay, wie es ist. Dann sammle ich hier erst mal wieder die Sachen ein. So, ein paar Punkte wieder. Und jetzt muss ich schauen, wie viele... Ich habe gar nicht mehr so viel hier. So viel Eisenerz. Und ich muss erst mal... Okay, wir stellen erst mal Holzscheite her. Wir brauchen, glaube ich, immer neun. Acht, neun für einen. Ich stelle mal 20 Stück her. Das muss reichen. Dann kriegen wir gleich noch eine Leiche geliefert. Wenn ich so richtig weiß, die letzte oder vorletzte. Ich glaube, die letzte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ja, dann ignorieren wir den Bischof heute nochmal. So. Ignorieren wir den netten Bischof nochmal. Und ich gehe jetzt nochmal kurz schlafen. Ja. Kann ich hier eigentlich noch ein bisschen... Nein, kann ich nicht. Pilzchen werde ich nicht mehr los. Und hier muss ich eigentlich nicht loswerden. Dann schlafen wir eine Runde. Ist ja, wie gesagt, egal, wenn die Leiche jetzt ein bisschen schlecht wird. Die wird sowieso verbrannt. Da kam gerade Hamlet. Ich muss mich nicht komplett ausgeschlafen haben. So ein bisschen reicht. Die Leiche soll uns ja nicht unter den Fingern wegfaulen. Also ganz so schlimm wollen wir es ja dann auch nicht werden lassen. Da ist sie. 2% hat sie schon eingeblüht. Da hätten wir auch ein bisschen weiter schlafen können. Die stinkt noch nicht so sehr. Das Fleisch ist ja auch ein bisschen zart, ne? Ein bisschen abgehangen. Können wir besonders teuer vielleicht verkaufen. Da sind Knochen drin. Und daraus können wir wieder unsere Kerzen dann ziehen. Was mich daran erinnert, dass ich wieder zu den Bienen sollte, damit wir genug Wachs haben für die Kerzen. Und ich hoffe, wir haben noch Öl für die Farbe. Und das ist natürlich das nächste Problem. Ich brauche Hanfsamen, damit wir Öl machen können. Oder müsste halt Öl kaufen. Sobald die letzte Leiche verkauft ist... Sobald die letzte Leiche... Ähm... Quatsch. Verkauft ist. Sobald die letzte Leiche für den Moment auf unserem Friedhof nicht verschachert ist, sondern tatsächlich auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde, werden wir in die Stadt gehen und das Fleisch und die Bestattungsurkunden los. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld. Wir bauen auf jeden Fall irgendwann den Handelssägen. Aber halt nicht unbedingt jetzt sofort. Bauen wir mal neue Orte, um eine Leiche zu verbrennen. Zack, zack. Oh, das... Okay. Wir haben nur Holz für zwei, aber das ist okay. Ich hatte gedacht, es wären mehr. Den Rest packe ich mal da rein. Sicher ist sicher. Jetzt frage ich mich gerade, was ich bekomme. Ich bekomme einmal Salz, das stapelt sich. Ich bekomme einmal diese Bestattungsurkunde und ich bekomme Asche. Das heißt, es passt alles in unseren Inventar. So. Perfekt. Die Karotten sind weg. Das heißt, selbst falls Hamlet uns nochmal eine Leiche bringt. Und da bin ich mir tatsächlich nämlich nicht ganz sicher, ob wir jetzt schon drei oder vier haben. Eigentlich dürften wir, glaube ich, erst drei haben. Wir hatten noch eine Bestattungsurkunde. Ja, doch, wir müssen morgen nochmal eine Leiche bekommen. Also, alles gut. Jo, dann poppen wir die Asche wieder rein. Ich verarbeite wieder weiter. Komm. Hier. Schön die Innereien zu kleinen, leckeren Pülverchen zermahlen. Und hier, da matschen wir uns so ein schönes Gehirn ein. Ein Gehirn. Und da oben packen wir wieder ein Herz und kochen es gut durch. Wunderschön. Okay, dann kann ich jetzt erstmal die Sachen hier vielleicht wegtun, ne? So, Pülverchen weg. Ich frage mich, ob ich auch die Knochen gleich zermahlen soll. Warum eigentlich nicht? Das können wir eigentlich tatsächlich gleich machen. Kostet jetzt auch nicht wirklich viel Energie. Von daher, dann sind sie weg. Hier kommt dann unser... Ja, wir haben jetzt erstmal genug weiße Farbe. Das ist okay. Dann kommen hier unsere Tinkturen rein. Unsere ganzen Materialien dürfen da rein. Vielleicht mache ich auch einfach mal, während ich nicht aufnehme, so eine kleine Runde, wo ich einfach die ganzen Sachen zerlege. Also, wo ich nicht irgendwie aktiv queste, sondern wo ich wirklich einfach nur sage, ich gucke, dass wir die Sachen zerlegt bekommen. Die Waben werden hinten und vorne nicht reichen. Aber erstmal müsste ich tatsächlich schlafen gehen. Anders bringt das hier herzlich wenig. Öl haben wir tatsächlich keins mehr, oder? Ich gucke mal, ob wir theoretisch Kerzen herstellen könnten. Vielleicht eher am richtigen Tisch. Kerzen, Kerzen hier. Okay, wir könnten noch herstellen. Ich würde ja gerne einfach diese hier machen. Ich bilde mir ein, dass das hier die besten Kerzen sind. Bienenwachs und... Ja. Stellen wir nochmal Kerzen her. Du kannst noch arbeiten. Mach das. Jo. Ein paar Pünktchen. Und da zwei Kerzen. Und habe ich irgendwo anders nochmal Kerzen? Ja, hier. Ja. Okay. Ja, das haut schon hin. Ich nehme die schon mal mit. Wobei, ich würde erstmal noch nicht damit predigen. Aber ich muss unbedingt unseren Wein ernten. Damit... Also die Trauben ernten. Damit wir mal nach dem Wein schauen können. Das würde ich vielleicht machen, nachdem wir die letzte Leiche bekommen haben. Dann können wir am Montag... Nee, nicht am Montag. Hier am Weibchentag. Könnten wir dann vielleicht tatsächlich in die Stadt gehen. Einmal ausschlafen. Das ist schön. Und da wird es auch bald wieder Abend. Ich fühle mich so erfrischt. Das sagst du echt jedes Mal, ne? Aber ich fand das sehr lustig, als es der eine angemerkt hat. Also Schlange der eine. So. Dann packen wir hier noch ein paar Sachen rein. Und es lässt sich nicht mehr stapeln. Das heißt aber auch, ich könnte theoretisch an diesem wunderschönen Ofen die verwässerten kegelförmigen Gefäße vielleicht einfach herstellen. Ja. Stellen wir doch einfach hier nochmal 40 davon her. Das ist eine schöne Zahl. Und hier war mein Problem, dass ich... Ja, ich habe keine Kohle mehr. Konnte ich Kohle irgendwie herstellen, indem ich was verbrenne? Ja, oder? Nein. Nein. Okay. Das heißt, ich müsste wieder ein bisschen Brennstoff machen. Oder Kohle fördern. Konnte man letztlich aus dem Holzscheit... Doch, das konnte man. Konnte man am Brennholz machen. Eigentlich können wir aus allem Brennholz machen. Aber jetzt machen wir erst mal hier diese vier. Gleich kommt die Leiche. Weil es immer noch sehr leise ist. Ich höre es selber kaum. Ihr vermutlich gar nicht. Oder vielleicht ist er auch schon da gewesen. Ich weiß es tatsächlich nicht. So, dann können wir ein bisschen Brennholz machen. Und wenn wir dann das Brennholz haben, dann kann ich eben wieder ein bisschen ein paar Dinger einschmelzen, ein paar Barren einschmelzen, solange wir noch Metall haben. Aber letztlich muss ich mich tatsächlich um die Marmor-Statuen kümmern. Ohne die wird der Episkop uns nicht so sehr weiter... Er hat es ja gesagt. Ohne Statuen gibt es keine Kapelle. Kathedrale meine ich. Und ich muss zwar... Also ich für mich bräuchte jetzt keine Kathedrale. Aber ich fürchte, im Spiel werden wir nicht ans Ende kommen, wenn wir keine Kathedrale errichten. Langsam frage ich mich wirklich, was das alles hier soll. Ich meine, wir sind gestorben und gerade irgendwie in einem epischen... in einer epischen Wahnvorstellung, oder? Wie? Ich habe keine Leiche gekriegt. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Okay, da Hamlet sich heute nicht blicken lässt. Vielleicht, weil Montag ist. Könnte das sein. Oder wir haben tatsächlich keine Leichenlieferung mehr über. Das kann auch sein. Ich habe jetzt ja, glaube ich, noch einmal Fleisch im Inventar. Ja, gut. Dann kann es tatsächlich sein, dass es jetzt schon die vierte war. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren gehabt. So. Und mir wurde ja gesagt, mit dem Spitzendünger zwei... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich das machen musste. Ich glaube, ich muss zuerst den Torf einsetzen. Und dann kann ich den Dünger drüber packen. War das richtig? Erst Torf, dann Dünger. Ich bin jetzt gerade immer ganz vorsichtig, damit ich unseren Dünger nicht verschwende. mir wurde der Tipp gegeben, mit dem Super Dünger zwei, oder wie er heißt, können wir tatsächlich Gold produzieren. Also da... Also Gold im Sinne von goldene Qualität. Das haben wir jetzt ja nicht, dass das so gut wird. Aber dann hätten wir das wohl. So. Na bitte hier. Schön ernten. Na. Könnte ich mir alles mitnehmen. Kommt gleich wieder. So. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe. Da müssten jetzt theoretisch... Ähm, nein. Nix Rankengerüst. Du sollst bitte einfach in die Kiste gehen. Ich packe hier erstmal alles ran. Also den Dünger... Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch reicht für alles. Erstmal lege ich diese ganzen Sachen hier weg. Und das Grünzeug hier. Dann sammeln wir hier Hopfen und alles auf. Zack, 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 zack. Das und das auch weg. Und dann gucken wir mal. Traubenkerne. Davon bräuchte ich zwölf. Zwölf. Und von den silbernen wären es 24, die wir benutzen können. Ach, weißt du was? Geht schneller. Hopfen. Haben wir noch ganz schlechte Traubenkerne? Nein. Wir haben tatsächlich keine Kupf... Ach, doch, haben wir noch. 16 wären das. Ich werde jetzt mal so viel Spitzendünger noch benutzen, wie ich kann. Einfach, damit wir ihn loswerden, damit wir... damit wir noch eine Chance haben, möglichst gutes Saatgut, gute Ernten dabei einzufahren. Ja. Vieles ist halt tatsächlich nicht mehr, was wir haben. Aber das haut schon hin. Das Ding ist, wir müssen bei den Goldenen eigentlich gar... Also die Goldenen müssen wir da eigentlich nicht einpflanzen. Bei den Goldenen sollten die Ergebnisse sicher... also feststehen. hoff' ich. Wir haben noch... Wie viel Dünger haben wir... Haben wir überhaupt noch? Drei Dünger haben wir noch. Ja, dann. Eins. Und zwei. Und drei. Dann würde ich hier erstmal kurz die Silbernen anpflanzen, damit wir... vielleicht sogar Goldqualität dadurch bekommen. Zwei. Und doch dann drei. Und vier. Oh je. Fünf. Und sechs. Nee, nee, nee. Nicht hopfen. Nicht hopfen. Hopfen nicht. So. Dann würde ich hier die Kupfernen anpflanzen, damit wir da vielleicht... vielleicht Silber rausbekommen. Und dann haben wir noch eins über, da können wir dann tatsächlich einfach Gold pflanzen. Vielleicht kriegen wir da ein besseres Saatgut wieder raus. Den Rest würde ich dann einfach ganz normal anpflanzen. Also sprich, hier pflanzen wir dann auch die goldenen Traubenkerne an. Ist vielleicht ein Verlustgeschäft, aber hey. Nein, 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 nein. Das hier. Und jetzt können wir hier ganz normal den Hopfen anpflanzen. Das geht nicht. Das sind silberne Hopfen einmal. Und dann ansonsten halt den... Joa, den ganz normalen. Habt ihr also keine Wahl. Hopfen. Hier kann ich auch noch einmal Torf drauf ausbringen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach hier drüben. Hopfen und... Einmal Hopfen können wir noch. Sehr schön. Da gucke ich gerade mal, was wir hier vielleicht... Ich könnte das Grünzeug mitnehmen. Das brauchen wir hier nicht. Das lasse ich mal da. Und ich nehme natürlich die Trauben alle mit. Den Hopfen auch. Den Hopfen nicht. Warum nehme ich den Hopfen nicht mit? Lass mal doch einfach was anderes da. Habe ich irgendwas, was ich... Nee. Na gut. Dann lasse ich erstmal das Grünzeug hier. Und nehme stattdessen den Hopfen mit. Ziu, lili. Meine Pilze sind auch wieder da. Das freut mich. Und es ist schon Sonntag. Das heißt, sobald ich jetzt wieder auf unserer schönen, schönen... Friedhofs-Ranch bin. Warum sage ich gerade Ranch? Irgendwie bin ich... Ich weiß nicht. Ich habe es vorher schon gesagt. Ich habe gerade eben vorher schon Degrees of Separation ein bisschen aufgenommen. Und auch hier. Ich bin teilweise nicht ganz bei mir heute. Also ganz aufmerksam. Das bitte ich ein bisschen zu entschuldigen. Aber meinem Kater... Ich musste mich ja... Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ich musste mich von einem meiner Katerchen verabschieden. Und... So. Machen wir einfach hier. Und das ist tatsächlich so, dass ich... Warum gucke ich an diese Kiste? Warum tue ich das? So geht das. Ja. Ja, dann machen wir. Und meinem anderen geht es gerade nicht so gut. Es kann sein, dass er eine Blasenentzündung hat. Oder halt... Harnsteine oder Nierensteine. Und ich fühle mich gerade ganz, ganz unwohl. Also ich laufe eigentlich schon seit das... Seit er so... Seit ich festgestellt habe, dass irgendwas nicht stimmt, laufe ich schon ganz paranoid im Moment hinterher. Um zu gucken, ob auch ja, alles irgendwie noch halbwegs okay ist. Und er ist auch sehr, sehr freundlich. Und lässt mich dann wissen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und ich jetzt nicht hier so einen Aufstand machen muss. Aber das Problem ist halt... Und ich glaube, das weiß jeder, der Katzen hat. Man macht sich Sorgen. Selbst wenn die Katze plötzlich anfangen würde zu reden und einem Stein und Bein schwört, dass es ihr gut geht. Und man gefälligst aufhören soll, so einen Aufstand zu machen. Nur weil sie mal irgendwie... So. Nur weil es ihr mal nicht perfekt geht. Aber man macht sich halt doch immer Sorgen, ne? Da kann keiner sagen, dass es ihm nicht auch so geht. Und es wird schon wieder Nachmittag. Das ist aber ganz schlecht gerade. Was habe ich jetzt so viel dabei gehabt? Das waren irgendwelche Trauben. Ich muss auf jeden Fall kurz mit dem Episkop sprechen. Aber, und das ist das Wichtige. Ich habe ja alles, was ich brauche, in der Kirche. Das heißt, es ist gar kein Problem, dass wir einfach hier hingehen. Die Sachen hier rauslegen. Zack, zack. Die Papiere mitnehmen. Und jetzt kann ich schon hoch... Ich lasse das mit den Kerzen erstmal. Oh, ja, ja, ja. Bitte, bitte. Beichten ist immer gut. Beichtet, Kinderchen. Beichtet. So, dann können wir ihm jetzt erstmal die Papiere zeigen. Was die Kathedrale angeht. Ich habe die Bescheinigung, dass ich ein rechtmäßiger Bürger bin. Gut, war wohl doch nicht wirklich notwendig. Wer außer mir sollte schon von deinem Bürgerstatus erfahren. Das ist nicht fair. Betrachte es als Test. Ich stelle deinen Glauben auf die Probe, mein Sohn. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, jemanden zu finden, der meinen hohen Standards gerecht wird? Ach, du weißt es nicht. Aber ich weiß es. Sogar mein Bruder hat mich enttäuscht. Aber diese Geschichte ist zu traurig, um sie zu erzählen. Ich möchte, dass du hier eine Kathedrale brauchst. Eine richtig große. Du und ich, wir werden eine großartige Zeremonie in dieser Kathedrale durchführen. Wir werden dafür beten, dass der Wienhoer Fluss sich wieder mit Wasser füllt. Die Stadt stirbt ohne Wasser und ich werde die Stadt retten. Okay, was brauchen wir denn, um eine Kathedrale zu bauen? Lassen Sie mich raten, ich brauche viele Totenköpfchen und viele Kreuzchen. Ach, was für ein schlauer Friedhofswerte du doch bist. Ich hatte wirklich ein gutes Gespür mit dir. Wie viele brauche ich genau? Mal sehen. Also 30 plus 3 im Sinne und dann noch 5 und dann die doppelte Menge für beide Seiten. Und das sind dann... Moment, da habe ich mich verzählt. Sagen wir einfach 50 für den Friedhof... Ne, 50 für... Was? 800, bist du denn... Wow, 800, das scheint mir aber zu viel zu sein. Ja. Ja, da hast du vielleicht recht. Nun gut, dann sagen wir 200. Oh, Heilige. Okay. Und was ist mit der Kathedrale in der Stadt? Warum können Sie die Zeremonie nicht in der Kathedrale in der Stadt ausführen? Nun, genau gesagt haben wir keine Kathedrale. Der Kirchturm unserer alten Kathedrale stürzte beim großen Knall ein. Nein, wir konnten die nicht mehr reparieren. Kein Gebäude darf größer sein als der Königspalast. Aber hier draußen könnten wir eine Kathedrale mit einem richtigen Kirchturm bauen. Okay. Na schön. Schau dir an, wie schön die Kirche... Oh, ach so, können wir auch schon machen. Genau. Ah, das sind alles Materialien aus... Bis auf die Seile für die Bank bezüglich. Die habe ich von meinem Freund in dem Händler. Ansonsten sind das alles Materialien... Ich habe den Satz nicht zu Ende lesen können. Ah, diese Händler. Ich würde sie am liebsten aus dem Königreich verbanden. Das ganze verdammte Pack. Ah, das sind die Verbrecher... Das sind die Verbreiter der Sünde. Händler, Schauspieler, Ärzte. Die Kirche bietet die gleichen Dienste an, nur Heiliger und Rechtschaffender. In Ordnung. Ich habe genug gesehen. Diese Kirche ist bereit, zu einer Kathedrale zu werden. Aber es fehlt noch eine Statue von mir. Das ist jetzt deine höchste Priorität. Aber sicher eure Heiligkeit. Heiligkeit. So. Und da es noch keine Kathedrale ist, kann ich natürlich erstmal... Ich habe mein Gebet vergessen. Ich intelligentes Menschenlein. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Moment Zeit. Ich muss hier einfach nur ganz fix mein Gebet rausholen. So. Finde ich aber gut, dass wir die Kirche so schön ausgebaut haben. Und beim Frito fehlt dann ja auch nicht mehr. Jawohl. Beim Frito fehlt dann ja auch nicht mehr ganz so wunderbar viel. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Insbesondere, da ihr jetzt alle weich sitzen dürft. Und ich bald eine Kathedrale baue. So. Jetzt lasst uns... Oh, wow. Ist das viel. Ha. Hier. Ich habe eine ganz besondere Zeremonie für euch. Das erste Mal in dieser wunderschönen neuen Kirche. Jetzt seid gefälligst begeisterter. Ist ja schlimm mit euch. Spenden sind willkommen. Gib Geld vorne ins Kästchen. Ja. Tolle Predigt. Ich weiß. Ich bin der Beste. Haha. So viele Schäfchen. Die so schön viel Geld spenden. Ist das nicht eine Freude? Wie viel haben wir denn jetzt? Vier und neun. Also dreizehn. Das ist mir gar nicht so schlechte Zahl. So. Ich würde gerne mit dir handeln. Schon weil ich gerne wüsste, was das Gebet um Exzellenz macht. Predigteinnahmen 10%. Predigt Glaube und Glaube mal 2. Okay. Predigteinnahmen plus 100. Predigt Glaube plus 100. Glaube mal 2. Eigentlich wäre es am vernünftigsten, wenn wir das hier Predigteinnahmen 10 plus 75% Glaube mal 3. 150, 20, 150. Das Kombogebet wäre das Beste. Dafür bräuchten wir eigentlich noch ein bisschen mehr für unsere Kirche. Aber mit dem Kombogebet und 60 Punkten für die Kirche könnte ich tatsächlich glaube ich am meisten Glauben und Geld rausholen. Hier ist das Geld am meisten. Hier wäre eben der Glaube am meisten mit dem hier. Und gemeinsam würde das richtig schön viel bringen. Ich glaube mehr verdienen können wir da auch gar nicht. Okay. Das nächste Ziel ist also ein Kombigebet erstellen. Aber erstmal legen wir die Sachen hier weg. Und ich würde sagen, das ist kein Problem eigentlich. Wir können hier noch ein paar Kerzenhalter aufstellen. Da können wir auch ohne Kerzen jeweils auf die 60 kommen. Das hier rein, das da rein. Theoretisch könnte ich jetzt die beiden Gebete noch verkaufen. Das Räumütige eventuell auch. Warte mal ganz kurz. Ich weiß, die sind hier falsch. Aber ich würde gerne die anderen Gebete... Die behalte ich noch. Aber diese schlechteren Gebete hier würde ich jetzt verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr. Und ich hasse alles, wenn wir sie irgendwann doch noch brauchen. Wie mit der Angel. Dann finde ich das nicht lustig. Ich würde gerne noch mal handeln. Es bringt nicht viel, aber immerhin so ein bisschen was. Guck mal zwei. Und wir haben mehr Platz. Weihrauch. Ich könnte mir so einen Weihrauch kaufen. Für ein paar Punkte. Den guten Weihrauch. Soll ich mal einen... Ah, vorbei, nein. Wir haben es fast geschafft. Ich meine, die Händler-Lizenz kostet... Das muss ich übrigens mal gucken. Aristokrat. Die Aristokraten-Papiere. Ich brauche zwölf Gold für. Oh, das wird... Das wird... Das wird heftig. Aber vermutlich, wenn ich eine Kathedrale gebaut habe, dann werden wir sehr wahrscheinlich relativ viel Gold einnehmen. Oder... Ist das Gold? Viel Silber, sodass es sich auf Gold läppert. Wenn wir so ein schönes Kombo-Gebet machen. Was brauche ich denn eigentlich für ein gutes Kombo-Gebet? Kombo-Gebet. Da bräuchte ich einiges an Glauben plus ein goldenes Buch. Das kriegen wir aber hin. Dann haben wir ein Kombo-Gebet und wie gesagt, das kriegen wir dann auch erstellt. Wie kann ich nochmal ein goldenes Buch machen? Das wäre hier... Nee. Ein gebundenes Buch, das Goldene. Da brauche ich dann... Ah, da brauche ich die Goldschmuckverzierung. Sollte sich aber machen lassen. Kriegen wir nächstes Mal hin und da schauen wir dann auch nach den Statuen. Kann ich die denn schon erstellen? Ich brauche drei... Moment, das wäre Theologie. Drei... Drei... Wie warte, die sind gar nicht hier. Das sind Statuen, die haben wir schon längst. Die können wir schon herstellen. Das schaue ich nächstes Mal danach. Genauso wie nach dem Wein. Also, für heute machen wir erstmal Schluss. Ich packe noch schnell das Fleisch ein, denn das wollen wir ja nächstes Mal gerne wegbringen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns dann... Vier, vier, ja. Hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei Graveyard Keeper. Bis dahin, macht euch wie gesagt einen flauschigen Tag und... Bye, bye!